Hey, warte, 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 lass den Scheiß, Alter, dein Handy, dein Handy, ich, äh, du hast gesagt, da waren Cops dabei, oder, deshalb, deshalb überlege ich mir, vielleicht können die, ähm, diese Dinge abstrahieren, Mann, oder, naja, sie aufspüren, okay? Na, aber klar doch, so haben die Saddam gekriegt, fuck, du hast recht, Mann. Ja, Mann, vielleicht können die die, irgendwie aufspüren, auch wenn wir nicht telefonieren, verstehst du? Vielleicht sollten wir die irgendwo verbuddeln, wir werden Empfang unterbrochen, die können nicht mehr rauskriegen. Wenn sie an einem Tier festbinden würden, dann so eine Art Ablenkungsmanöver oder so. An einem Tier festbinden, das ist doch kein Tier, höchstens ein Eichhörnchen. Eichhörnchen, das wäre ein Baum, die würden denken, wir sitzen im Baum. Nein, 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 wir basteln uns einen Heißluftballon. Dann machen wir, nein, hier werden die zertrümmert, ich werde zertrümmert, auf dem Stein, genau hier, absolut genial, zertrümmert das Teil. Ja, mach es fertig, ja, fertig, ja. Was für eine Nummer war das? Ich wollte den Baum treffen, daneben. Was für ein Baum? Na, den da. Warum zertrümmert du es nicht auf dem Stein, so wie jeder normale Mensch, so wie ich? Keine Ahnung, wie oft zertrümmert man schon was, ich bin eingerostet. Oh Mann, hast du wenigstens gesehen, wo es gelandet ist? Nein, ich ruf's an. Anrufen womit denn? Mein Handy ist im Arsch. Dann, scheiß drauf, ich wette, die können die Dinger gar nicht abstrahieren. Das hättest du mir vorher sagen sollen, du hast mich davon überzeugt, die können es, du hast es einleuchtend dargelegt. Sehr gut, ich find das Ding schon, fuck. Siehst du es? Was soll ich sehen? Das Handy, du Spast. Was machen wir hier überhaupt? Ist doch voll der Horror hier. Ich hatte wenigstens eine Idee im Gegensatz zu dir, also halt die Backen. Das ist nicht wahr, ich hatte zwei Ideen. Ah ja? Irgendwo in die Futterstation. Schut, was? Was war das? Was? Was ist das? Was? Schut, schut, ich werde was. Schnauze, Schnauze. Was? Was? Keine Ahnung, halt einfach die Backen, okay? Hey, Alter, ich hör absolut nichts. Oh, was ist das? Ah! Ah! Oh, es ist drin! Kecke völlig zurück! Ah! Bitte, hilf mir! Hilfe, hilf mir! Ah! Ich habe nicht rechtzeitig vor dieser Dunkelheit, ich ergebe mich. Aus Amts, verschwindet! Ich bin unbewaffnet! Ah! Das ist absolut nicht komisch! Geh, bleib stehen! Fresse mich! Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! 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 Mach auf, mach auf, mach auf! Mach die Tür auf, verdammt nochmal! Mach die verfehlte Tür auf! Oh, ne, mach ja schon! Los, los, los! Was soll das werden, Mann? Los, los! Holster nicht, mutzig! Nein! Ich habe was gesehen! Was hast du gesehen? Halt einfach die Grape! Halt einfach die... Halt's Maul, Mann! Kusch! Was war da? Aber zuerst habe ich was gehört, dann habe ich was gesehen. Du hast gar nichts gehört, Mann. Aber ich habe da echt was gesehen. Also, Sie wollen mir erklären, dass dieser Typ mit dem Hotpants Ihnen die Nase gebrochen hat? Genau! Dieser Typ mit dem Strasshandschuh... Ja! Hat Ihnen die Nase gebrochen, mein Freund? Ich habe da valeur gegen dependentruppen, mein Freund. Töder nicht zuerst.